Mehr als 2.900 Aussteller aus insgesamt 68 Ländern sind hier in Nürnberg. Eine Million verschiedene Produkte und 100.000 davon sind sogar absolute Neuheiten. Auf 170.000 Quadratmeter können sich Besucher informieren und inspirieren lassen. Die ganze Welt der Spiele für Kinder und Erwachsene. Spielspaß zu Hause oder im Freien, digital und analog. Musik 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 Die Spielwarenmesse ist DIE Messe für Spielwarenmesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017